was geht ab leute herzlich willkommen zu diesem video und ja ich musste die haare wieder abschneiden wachsen lassen habe ich nicht geschafft weil wir was im fernsehen drehen mussten dazu erzähle ich euch bestimmt in den nächsten monaten mal was aber ja heute das thema des videos der karton nein spaß thema des videos ist leidenschaft und warum leidenschaft so wichtig ist und warum wir es brauchen um erfolgreich zu werden ja aber erst mal checken wir das paket aus monatlich ein paar supplements und heute ist dabei ein shaker protein das ist mein lieblingsprotein vanilla ice cream heißt das mega mega geil big eight rs bcs alle aminosäuren am start und kreatin natürlich daily 5 gramm das war's schon übrigens wenn ihr mal supplements braucht irgendwas mit dem code da er 15 bekommt ihr 15 prozent rabatt auf alles versandtes kostenlos und ihr supportet mich ein bisschen also und ich bin wirklich zufrieden mit den supplements das ist nicht irgendwie jetzt irgendein quatsch okay oder so was okay okay aber jetzt zum eigentlichen video thema erfolg und leidenschaft spielt für mich im leben komplett zusammen also wenn ich für etwas keine leidenschaft habe und bin ich meistens auch nicht erfolgreich da drin und erfolg kommt für mich in erster linie dann bin ich auch glücklich bin mit dem was ich tue und das ist ein ratschlag den ich auf jeden fall euch auch geben möchte das heißt wenn ihr euren job sucht oder euer hobby oder was auch immer es ist eine beziehung total egal ihr müsst leidenschaft für das ding haben weil sonst wird das wahrscheinlich floppen weil nehmen wir ein beispiel beim training gibt es ups und downs es gibt gute phasen und schlechte phasen die schlechten phasen könnt ihr nicht durchstehen wenn ihr das ding nicht liebt und wenn ihr keine leidenschaft dafür habt und es gibt oft phasen im leben wo vielleicht auch die leidenschaft mal wechselt oder eine neue dazu kommt oder ihr plötzlich interesse hat für was anderes und manchmal hat man das gefühl man darf nichts anderes probieren weil man mit dem alten schon zu weit gekommen ist und an dem punkt war ich jetzt auch so ein bisschen ihr wisst ihr seit wie lange bin ich jetzt anderthalb jahre zwei jahre oder so regelmäßig content hier auf diesem kanal und ich habe extrem viel gelernt und in der phase habe ich auch immer mehr eine sache in medien gemacht und es gibt so viele seiten die ihr noch gar nicht kennt und deswegen habe ich jetzt einen zweitkanal gegründet weil zum beispiel auch fragen zum thema hackintosh kamen und so weiter und ich verlinke mal den zweitkanal hier oben könnt mir gerne auch dort folgen wenn das themen sind die euch interessieren videos videoschnitt fotografie technik equipment max hackintosh computer allgemein und so kam wenn das themen sind die euch interessieren könnt ihr mir gerne auch da folgen ein abo da lassen ansonsten geht es natürlich ganz normal weiter auf diesem kanal weil ich habe gemerkt auch fitness ist wieder mehr so ein ding geworden ich habe wieder mehr bock und deswegen gibt es jetzt auch so ein kleines announcement hier auf dem kanal wird es jetzt hauptsächlich alles so in blog form geben und relativ unspektakulär im endeffekt keine krassen videoaufnahmen sondern ich will wirklich so wie früher youtube mal war mehr vlogs machen euch mit in meinen alltag nehmen mit in mein leben nehmen und so und euch einfach teilhaben lassen bei problemen bei lösungen bei tollen sachen schlechten sachen im training bei der arbeit vielleicht keine ahnung überall das wird es auf jeden fall auf diesem kanal geben immer noch ein bis zwei videos die woche auf dem anderen kanal wird es ein video die woche geben erstmal und ich glaube das wird auch so bleiben erstmal weil zwei kanäle betreiben ja und was es demnächst hier auf diesem kanal geben wird ist eine krasse transformation leute ihr habt in dem pivo 2020 video schon so angeteast bekommen und jetzt legen wir los die gyms haben wieder offen und ich hoffe die bleiben auch offen und ich will richtig gas geben leute das wird auf jeden fall krass ich werde nochmal auch basics wiederholen training ernährung und wie ich das ganze so anstelle und ihr könnt wenn ihr wollt einfach mitmachen das heißt wenn ihr auch die leidenschaft für fitness habt macht einfach mit mir zusammen mit ihr werdet das video hier sehen auf dem kanal wenn es losgeht und dann macht ihr einfach mit also leute abonnieren nicht vergessen wenn ihr neu auf diesem kanal seid schreibt in die kommentare hey ich habe abonniert dann heiße ich dich herzlich willkommen und wir sehen uns im nächsten video und vielleicht geht es dann sogar schon los mit richtig action im gym und mit training und ein paar tipps dazu ich freue mich auf jeden fall es wird geil supplements sind da peace